So, auch ich bin fertig. Willst du mich hier anbumsen oder was? Hallo? Hallo? Hilfe? Nein! Hallo! Ich bin wieder da! Wer noch? Ich? Das sieht falsch aus gerade. Hey, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge MyCraft Splendid! Mit dem Olli. Na? Na? Bist ja wieder da! Raus, zurück, jetzt herrscht hier wieder Ordnung! Alter, da haut die mir gleich ein. Bitte? Ja, hallo? Alter, hallo! Au! Nein! Das eskaliert hier, ich merke das schon. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich leck nicht mehr so rum. Ich muss weg. Ich komme jetzt wieder her. Ich muss weg. Oh, nein! Ich bin im Wasser! Aua! So. Ich gehe jetzt weg. Was habe ich? Du hast deine Days. Du tut es. Ich? Nein. Nee, ne? Femmt das nicht an. Na, ja, nee. Stopp. Vielleicht. Keine Ahnung. So, ich habe die letzten Folgen ohne dich ja machen müssen. Du hast mich ja verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Mein PC hat uns verlassen. Du, das Arschloch. Das Arschloch. Du Sau, ey. Ich habe einmal Strom hier oben hochgelegt. Nur, dass du mal kurz im Bilde bist. Das heißt, wir haben jetzt hier oben Strom. Wir haben jetzt eine Sackmill und wir haben einen Quartz Grinchstone. Jetzt musst du dich mal aufstoßen, weil ich im Bild getrunken habe. Sag mal was. Meinst du, ich gucke deine Folgen nicht? Oh, Christina, guck mal eine Folgen. Hallo. Juhu. Gut, dann können wir aufhören. Wenn du den Park gewandert, dann lass es doch oben da. So, ich versuche jetzt nochmal einen Aloysmelder zu bauen hier. Okay, all right. Ja, alles da. Was machst du? Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich bin so unvorbereitet hier gerade. Ja, man hat so viele Projekte im Moment. Das ist das Lustige. Das habe ich auch schon gesagt. Entweder hast du wirklich gar nichts. Oder du hast so arschviel. Ja, so wie momentan. Bei mir kommen einfach drei Videos am Tag. Das ist Wahnsinn. Das ist so krass. Ich bin zurzeit bei vier tatsächlich. Und die, die richtig Kohle verdienen, die bringen eins die Woche. Ja, das ist behämmert, oder? Überleg mal. Siehst du, das sind die Snobbs. Je größer du bist, desto einfallsloser kannst du sein. Die alten Einfallspincher. Ich holz mal ein bisschen Holz ab. Komm mal, guck mal, das ist doch eine gute Idee. Holz doch mal Holz. Um mich mal wieder so ein bisschen einzuspielen. Ich meine, ich habe jetzt eine Woche kein PC gespielt. Ich muss immer lernen, wie man die Tasten nochmal drückt. Hast du das ausgehalten? Hab ich. Hast du das ausgehalten? Tatsächlich? Schwer. Ja, ich war um 8 im Bett. Schwer. Ja, genau. Ich habe mal wieder Schlaf bekommen. War um 8 im Bett. Um 5 nach 8 war das Licht aus. Die Nachbarn haben schon gefragt, ob ich ausgezogen bin. Ja, ich dachte tatsächlich so, okay, wenn er jetzt installieren muss, alles wieder neu. Das dauert wieder so ewig. Und gestern habe ich meinen PC angeschlossen. In 10 Minuten hatte ich alles drauf, dank einer wunderbaren SSD. Wahnsinn. Geil, ne? Eine SSD ist schon cool, oder? Wahnsinn. Da merkst du mal, wie geil sowas sein kann. Der ganze PC ist geil. Ich habe einfach durchgehend 60 FPS hier. Wobei, ich habe das runter auf 60 gemacht, wenn ich noch mehr, warte mal. Ist auch immer geil, wenn du so von Projekt zu Projekt hin und her springst, dann hast du einfach. Guck mal, wie viel gehen wird. Ich mache mal auf unbegrenzt. Ich kriege gerade das Kotzen. Ich habe tatsächlich gerade, wenn ich auf unbegrenzt mache, wie viel FPS denkst du beim Aufnehmen und Rumrennen habe ich gerade? Weiß ich nicht, also ich bin bei 60. Hast du auf unbegrenzt gemacht mal, um zu gucken? Ne, das mache ich nie, weil mein Monitor da nämlich nicht mitspielt. Und dann kriegt mein Computer eine falsche Information von dem blöden Monitor, von der Arschloch. Und da kommt dann alles zusammen. Aber nicht das, was soll. Okay, ich laufe glaube ich gerade mit 382 FPS hier rum. Weißt du, Proll, Alter. Proll. Also es ist schon schön. Leckt kein bisschen mehr. Proll, weißt du, geht mal alle zu Christina auf den Kanal und schreibt mal drunter Proll. Ich habe aber auch die Beta-FPS-Option drin, oder? Proll, hier, ich cheatet die auch noch. Beta-FPS-Option. Mimimi. Mimimi, mach doch die Mod auch rein. Kannst du runterladen. Lock of Iron. Das habe ich wieder auf 60 gemacht. Verdammt, ich brauche Eisen jetzt. Äh. Was macht Frau, was macht Frau? Frau weiß nicht, was sie tun soll. Ich ernte einfach. Äh, mir wird gerade warm. Ich merke das gerade hier. So volle Kanone Melone. Let's get in hot in here. Ich tobe einfach mal wieder runter. Hallo, hallo, hallo. Ich tobe wieder runter und geh mal baden. Geh mich mal waschen. Es ist so irre. Du springst hier von Mod-Paket zu Mod-Paket hin und her und machst eigentlich das Gleiche, aber die Rezepte sind so dermaßen scheiße anders. Das ist unglaublich. So. So, Siddoschi-Gegend und weiß nicht, was ich tun soll. Hauptsache, ich esse hier Reis und Pastinake abwechselnd. Ja, immerhin. Im Architecture-Pak ist das Wasserrad-Golden. Immerhin etwas. Goldenes Wasserrad. Hui. No Mesh inside. Oh, ich brauche einen, ich brauche einen, oh, ich brauche einen, ja. Gut, dann ist das so. Was benötigst du? Ein, äh, Netz. Koppiskopf. Ne, etwas anderes. Das macht man aus diesem Scheiß. Minze? Mülle und Salbei. Als Naturkräuterstrakt. Reichen 60? In den Grünstreifen. Hast du die Nake? Hast du eine Hake? Ist auch eine Hake. Kurvis? Hat alles verarmt. Alter. Üffa. Ohne Witz. Es war einfacher, als die Frau nicht da war. Es bedrängt dich. Es bedrängt dich. Alter Schwede. Kommt auf dich zu. Scheiße, ihr ist vorbei. Nein. Dann kannst du die Pastinatische Nacken auf den Kopf. Ey, kaum ist die Frau dabei. Eskaliert hier alles ohne Witz. Nee, nee, nee. Geht's aber. Nein, wir haben genau gleichzeitig geboxt, ey. Richtig gut. Oh, Mann. Nur gestört hier, ohne Witz. Ein bisschen Spaß muss sein. Ah, schön. Nee, 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 nee. Es reicht nicht im Leben, was ich hier habe, ohne Witz. Mann. Ach so, alles klar. Was habe ich denn überhaupt in den letzten Folgen bei mir gemacht? Die Küche, ne? Ich weiß es nicht. Doch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich in irgendeiner Folge in der Schmelze gelandet bin. Das ist ja schon 500 Jahre her. Wir sind eigentlich mit unserem Mod-Paket, sind wir hier eigentlich schon auch 47.000 Millionen Trillianen Jahre hinterher, ne? Weißt du, was ich dir jetzt mache? Nein. So feiertes Tages, gibt's von der Frau was Leckeres zu trinken. Oh, wow. Jetzt gibt's Schnappes. Komm mal hoch hier. Ich bin schon oben. Da. Wir gönnen dir einen Apfelsaft. Oh, geil. Prost. Hau rein. Oh, ich muss sogar gerade trinken. Tatsächlich. Prost. Macht der Trinkt oder Essen voll? Ist die Pulle gleich weg? Ja, ja. Lol. Ich fress die Pulle also gleich mit. Okay. Ach, deswegen ist der Hunger auch gestört, weil ich die Pulle mitfress. Ein paar Glassplitter im Körper, alles klar. Macht nix. Alles Knorke. Alles Knorke. Dit is normal, wa? Die Leute meinten übrigens, wir sollen unsere Essenssachen mal in den Kühlschrank legen. Echt? Was auch immer dann da passiert. Vielleicht werden die irgendwie mehr, mehr Dings oder so? Gedingst. Kann ich mir gut vorstellen. Haltbarer. Ja. Oder ist es einfach nur toll? Dass es dann mehr füllt irgendwie? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht? Ich gucke mal. Ich weiß nicht, was passiert. Und wenn man noch einen Kühlschrank craftet und den da drauf packt, haben wir einen Doppelten, der sich verbindet. Ein doppelter Kühlschrank, bitte? Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Picnic Menü mit einer Cola. Nein, das war keine Werbung. Nein, gar nicht. Nee, ich geh auf Bad Burger King essen. Warum ist hier ein Loch im Boden? Situation geratet. Ja, weil du das da mal reingemacht hast. Und ich da auch für schneller abhauen kann. Das ist wirklich gut. Jetzt macht es zu, ne? Es war klar. Es war so klar. Kennst du dich doch. Es war so klar. Läuft. Nein. Hast du dir den Deckel gestoßen? Ja? Hast du dir den Deckel gestoßen? Na, kommt sie? Kommt sie? Kommt sie? Schnell die Gute gestoßen. Das ist weggepackt. Scheiße. Weißt du, ich stand, ich habe hier gewartet und wollte dann so machen. Richtig gut, ey. Ich werde gemobbt, Alter. Und schon habe ich folgenden Titel. Ich werde gemobbt. Mobbing am Arbeitsplatz oder so. Ja, aber einfach bessere Laune. Hast du dir aufgemacht? Da macht er einfach die Watt weg. Anstatt die Tür zu nehmen. Da haut er die ganze Fassade weg. Sogar keinen, man hat nicht mal mehr ein Dach. Wieso denn die ganze Fassade? Hallo? Ey. Also wenn die irgendwann nur noch Holzbretter sind? Da kommt die her und macht das kaputt. Du hast das Glas im Übrigen eingesammelt, ne? Habe ich nicht. Doch, hast du Woll. Nein, da habe ich kaputt gemacht. Hast du Woll. Das kannst du nicht kaputt machen. Ich habe es aber nicht im Internet. Das kannst du. Doch, musst du, musst du, musst du, musst du. Du hast das hier ja auch nicht gesehen. Das ist bei dir unsichtbar. Mach den Shader aus. Mach den Shader aus. Mach keinen Shader an. Mach den Shader aus. Auch wenn ich locker mit Shader spielen könnte. Wieso haust du hier Sand hin jetzt? Ich wollte dir eine Sandburg bauen. Ey. Du musst dich dran gewöhnen. Ich bin wieder da, Olli. Fege. Mach hier sauber, ehrlich. Mach die nützlich und räume auf. Olli, ich bin wieder da. Das ist jetzt wieder hektik. Hektik, wo bin ich. Ja, mach die nützlich und räume auf. Ohne Witz. Ja, okay, hier kriegst du Sandburg. Alter, du Stücke. Du Stücke, Alter, ehrlich. So, Kühlschrank, ne? Kühl, oh. Eine chaotische Folge. Und das auf den Donnerstag, liebe Leute. Oh Mann. Natürlich Fridge eingeben. Ja, Feiertagsfolge. Ich benötige eine Eisentür. Haben wir da noch eine? Wahrscheinlich unten, ne? Eine Eisentür? Gewöhn dich immer zwei. Dann müsste irgendwo noch eine sein. Ich hab noch eine. Das ist ein Small Air Locker Door. Das ist von Advanced Rocketry. Wird wahrscheinlich nicht passen. Ich hör nur die Zombies. Original nachgemacht. Für Christina, du hast mein Herz geschenkt. Ein halbes Herz bitte, ja? Bin ich aber nichts vor ein. Das war nur ein halbes Herz. Ich hab noch ein anderes Halbes. Kannst du die zusammencraften? Ja, kannst du. Dann kriegst du ein Gänzes. Und dann kann ich das essen. Ja, erst mal. Guten Appetit. Ich kann das nicht benutzen. Hardcore Mids are not enabled use. Ja, genau. Das geht nämlich nur im Hardcore Modus. Okay. Das ist ja das, was wir schon in den ersten paar Folgen hatten. Stimmt, ich hab schon mal eins. Hab ich zwei extra Likes. Jetzt, ey, ich denke, du machst hier so ein Sieb, so ein Netz. Oh, Frau. Wo hast du denn die Fäden hingepackt? Was für ein Netz? Ja, ein Netz. Ich brauch ein Netz. Zum Sieben? Ja. Komm, die Frau bastelt dir eins. Nee, ist zu spät. Ich habe schon. Zu spät. Kannst gehen. Weißt du? So. Alter. Alter. Ja, was, Alter? Ja, vorbei. Dein Scheiß ist ein. Das ist nicht meins. Doch, das ist dann von deinen Fäden gecraftet. Das ist nicht meins. Sackgasse, Sackgasse. So, ich benötige immer noch eine Eisentür. Irgendwo war eine. Irgendwer stirbt hier elendig. Ich nicht. Das höre ich. Du machst doch, glaube ich, nicht so Geräusche. So, oh. Oh, 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 oh. So, in etwa. Richtig gut. Ich hab Schlucker auf, ey. Mann, 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 Mann. Leute, ich merke schon, die Folge, das wird irgendwie nichts mehr. Ich glaube, wir machen mal eine Folgenpause hier. Oh, 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 oh. Ja, wir machen eine Folgenpause. Ich glaube, das wird ja nichts mehr. Wir machen eine Folgenpause. Folgenpause. Abmord, 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 abmord. Ah, dann wird die sagen, was ist mit dieser Wunderwachen chaotisch? Abmord. Ich bin zurück, Folge. Die Frau ist zurück. Komm, wir wirbel. Abmord. Nee, 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 nee. Und ich würde sagen, schaut definitiv beim Olli vorbei. Morgen geht's hier weiter mit deiner wunderbaren Folge Stranded. Und dann sehen wir uns demnächst. Vielleicht. Ciao. Plopp.